Musik Hat's noch nicht gegeben? Hat's noch nicht gegeben. Geil. Ich schau dich dich hier gar nicht an. Ich geh gleich wieder an. Ist was? Nee, nee, aber weißt du, was mit Kai ist? Die Polizei war heute Morgen im Büro. Was sollten die denn? Sind die noch da? Nee, nee, die sind gegangen. Kai hat irgendeine Scheiße gebaut. Flor Walther hat ihn angezeigt. Na, dein Handy war abgestellt. Ja, schau, das stimmt. Hätte man anmachen müssen. Ja, aber nicht ich, sondern du. Kann ich ein bisschen Geld bekommen? Ja, das wird eigentlich überwiesen. Naja. Ich kann ja mal mit Monika Wagner reden. Halbe, halbe. Halbe, halbe? Carlo, wir haben keine Zeit. Halbe, halbe, dann verschwinden wir es. Halbe, 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 halbe